und willkommen zurück zu der last guardian mittlerweile schon dreizehnten folge so wir sind jetzt hier oben angekommen unser trug hat sich hochgeballert sag ich mal und jetzt glaube ich müssen wir hier die ganzen tore öffnen bin gespannt wo es jetzt hier weitergeht ich glaube drei schalter waren es ja genau da ist der dritte so damit wir auch tor nummer drei geöffnet schon nur schauen okay hier geht es nicht weiter da scheint es raus zu gehen okay und hier geht es auch also gehen wir einfach mal hier raus bloß nicht zu schnell nicht dass ich runterfalle okay das ist von da sind wir gekommen also denke ich mal rufen wir mal dass sie hoch springt gehen wir mal hier raus okay hier sind dach sehr gut weil ich rufen noch mal rieger da kommt er schon sehr gut okay alles klar gehen wir mal hier weiter tricot so hoch okay das ist tor von der anderen seite na komm her schon mal dass er eventuell da hoch springen kann oder so 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 gehen wir mal hier hoch schon aber uns irgendwo hin wenn er uns irgendwo hinspringen möchte so da hoch komm das schaut gut aus na komm spring da rüber na komm nicht rumzicken da 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 Oder geht es hier hoch? Ne. Ich glaube, der muss darüber. Was machst du denn jetzt? Ne, spring los. Ah. Das dauert immer, bis der hier mal was macht. Ne, geh da rein, los. Ja, dann gehe ich selber rein. Oder? Jetzt. Scheint da oben weiter zu gehen. Nicht zicken. Hoch da. Los. Na los. Sehr gut. Okay. Oh, ein riesen Wasserbecken. Na, da ist eine Tür. Da ist ein Tor. Äh. Oh. Ne, spring mal rein. Da los. Na, 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 na. Komm. Widerlich. Na, lau mal. Komm. Spring rein. Da, Eker. Nee, er mag anscheinend nicht. Wasserscholl. Okay. Egal, dann lass uns reinspringen. Komm. Oh, hier. Äh. Okay. Probieren wir's mal. Okay. Tauchen. Auf X. Irgendwo. Da unten ist ein Tor. Okay. Ist es offen? Ist es zu? Es scheint aber nichts zu geben. Schauen wir uns mal die Seiten an. Okay, was gibt's hier? Gar nichts, oder? Nein. Ist nichts. Ist hier irgendwas? Nee. Können wir anscheinend nix machen. Da hinten ist auch alles zu. Komm mal rein. Ja, Eker. Okay. Schon mal drinnen. Mal schauen, wie's hier weitergeht. Okay, geht auf jeden Fall da hoch. Unscheinend schon ein Tor zu sein, aber... Ich glaub, dass wir das nicht aufkriegen werden. Ah, okay. Hab schon gesehen. Okay, alles klar. Unten ist noch ein Durchgang. Schauen wir mal, ob wir da unten durchkommen. Hier unten durch. Ah, auftauchen. Okay, alles klar. Ja, komm doch hoch, komm. Na, würde ich nicht... Oh, und geht da jetzt noch nicht ran. Okay, alles klar. So, machen wir das... Schalte. Ich denke mal, dass das große Tor jetzt unten aufgehen wird, dass er mit runter kann. Okay. Da tauchen wir gerne mal runter, anscheinend, ob das unten wirklich offen ist. Okay, unten ist offen. Okay. Dann müssen wir jetzt bestimmt auf ihn hier rauf. Dann sagen wir ihm, der soll tauchen. Okay. Also, wenn wir bald die Luft bestimmt ausgeht. Okay. Okay, das hat schon mal gut funktioniert jetzt. So, schauen wir uns diesen Raum erstmal an. Okay, da ist ein Tor. Und da hinten... Nur schauen, ob da vielleicht ein Schalter drin ist. Hier oben wird nix sein. Okay, dann schauen wir mal da hinten hin. Dann können wir hier irgendwas machen. Ist das ein Kletterpunkt? Okay, das ist kein Kletterpunkt. Aber... Könnte vielleicht sein, dass wir hier rankommen. Na? Okay, dann muss ich auf ihn rauf. Okay, dann gehen wir mal da hoch. Na, warte mal, normal könnte ich hier rüberspringen. Okay. Okay, dann springen wir da mal rein. Okay. Schauen wir mal. Wollen wir hier irgendwas schönes finden. Was ist das? Ah, okay. Ups. Ein Fass. Sonst ist hier nix in der Höhle. Normalerweise nimmt er es mir aus der Hand. Ich werf sie mal zu. Na super. Das ist fast da unten geschwommen, oder? Ey, 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 ey. Ne, das Fass ist da hinten. Aber ich glaube nicht, dass ich das im Wasser jetzt noch nehmen kann. Probieren wir es einfach mal. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Geht. Ah, okay. Okay. Na, komm hier. Magst du es nicht jetzt? Oder ich schaue jetzt, ob ich nebenbei mich hier oben bin. Ne. Ja, dann lass es liegen. Okay, es geht nicht. Ne, ich weiß mal schon, ob es unten noch einen Gang gibt oder so. Unten ist verschlossen. Schwimm ich aber mal darüber mit dem Fass. Vielleicht komme ich hier hinten hoch. Ich weiß nicht, ob ich es hier gibt. Ja, nimm dir das Fass jetzt. Komm. Na, ist doch schon wieder ein Speer drin. Oben wäre schon da so eine Feldspalte. Jetzt schauen wir mal einfach. Gib ihm einfach mal ein Befehl. Mal schauen, wo er hinspringt. Der Waker! Ja, du kannst dich nicht aufhören. Der Waker! Ja, du kannst! Der Waker! Ah! Ah, schau! Wie geht's? Man, das ist nicht... Ich bin gespannt, dass das irgendwie das Hass drückt hier. Kann der mir das nicht aus der Hand fressen hier? Komm. Nimm's dir, komm. Na, geht doch. Sehr gut. So, jetzt müssen wir aber irgendwie einen Weg finden hier aus dem Raum raus. Geht's hier vielleicht irgendwas? Ich tauch mal runter. Ist hier vielleicht noch irgendwie ein Weg oder so? Schaut eigentlich nicht so aus, gell? Wo kommt der denn hin? Er geht immer wieder da raus. Warte mal, geht's da hoch? Ne. Was macht der denn da oben die ganze Zeit? Ja, geh mal. Nochmal probieren. Ach, geh halt hoch, komm. Kann der vielleicht irgendwie auf die Säulen hier drauf springen? Der mag nicht. Nein, was ist denn jetzt? Mag nicht. Dreh dich um, komm. Warte mal. Ja. Ich hab daslins. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber aus irgendeinem Grund steht er doch hier oben. Lass doch mal los jetzt, komm. Ist hier oben irgendwas? Lass doch mal los jetzt, komm. Lass doch mal los jetzt. Was hat es mit der Welle hier aus sich? Was hat es mit der Welle hier? Jetzt muss ich nochmal bei dem Gitter schauen. Das gibt es doch nicht. Da muss er irgendwie weitergehen. Da tauchen wir mal runter. Ah, okay, sehe ich schon. Gehen wir nochmal hoch, bevor mir Luft ausgeht. Ey, das habe ich vorher gar nicht gesehen gehabt. Okay, alles klar. Boah, ey, was ist denn hier los? Okay, war praktisch wie vorher. Oh, jetzt aber schnell. Komm, 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 komm. So, jetzt muss ich eigentlich dem sagen, er soll hier reinspringen, dass ich mit der Welle hier hochkomme, oder? Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Derricka! Komm, komm, komm. Komm, komm. Tyrico. Oh, was macht ihr denn jetzt? Was macht ihr denn? Oh, was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Hm? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Ne, los, komm. Ja? Kommt rein da los. Oh, du musst aber da runter. Ja, die an. Wieder, look. Ah, look. Wieder, du crazy. Los, komm. Was macht ihr denn? Nicht da hoch. Ah, look. Ah, look. Ah, look. Ah, look. Ah, look. With a look. Okay. Ah, okay. Na komm. Oh, ey, das nervt mich schon wieder. Ist er jetzt offen da unten, oder? Ja, klar. Jetzt komm her. Mei, was macht ihr denn? Ey. Geht denn wieder raus? Geht sie? Girlraker! Geht sie, Riks! Geht sie! Jetzt schwimm doch runter. Da runter jetzt. Los. Geht doch, mein Gott. Das ist eine schwere Geburt. Das ist eine schwere Geburt. Jetzt mach hin, komm. Zieh. Oh mein Gott. Ich konnte den Apten nicht mehr anhören. Mein Gefährte war nicht mehr zu sehen. Ich bin hier hochgeschwemmt, oder was? Oh, okay. Tyrico ist nicht da. Gehen wir einfach mal hier weiter. Ich hoffe, dass er bald wieder kommt. Okay, gehen wir mal hier hoch. Okay, was ist das hier? Das ist eine Art Durchgang, oder irgendwie sowas. Okay, gehen wir auch mal rein. Okay, geh mal raus. Nichts, dass der mich zerdrückt. Okay. Der ist so eine Art Fahrstuhl, denke ich mir. Okay, schauen wir uns das erstmal an. Was gibt's hier? Da ist ein Fahrstuhl. Geht's hier dann noch weiter hoch, oder wie? Okay, da kommen wir nicht drüber. Ich ruf mal einfach mal, vielleicht kommt der ja wieder. Okay, gehen wir mal hier rein. Okay, hier passiert nix. Hier passiert nix. Wenn ich also hier wieder runterfahre. Okay, fährst du wieder runter. Gehen wir mal auf den anderen Fahrstuhl. Vielleicht fährt der noch einer Ebene höher. Was ist das für ein Leuchtendes Ding? Ich werde mal anschauen. Was ist das denn, was ist hier? Okay, das ist ein Ridi. Der hinter ist aber... Okay, dahinter ist ein Fass. Okay, alles klar. Gehen wir hier mal rein. Was ist denn das jetzt hier? Hä? Okay, hier passiert gar nix. Was hat denn... Was hat das denn hier auf sich? Was hat denn, was ... Was hat denn hier, was ... Ah, ah, ah. Ist doch aber nix. Warte, kann ich hier irgendwie rüberjumpen? Ne, geht's bloß in die Tiefe runter. Ah! 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 Hä? Aber hier passiert doch auch nix. Ok, da muss ich echt mal runter schauen, weil ich habe da irgendwas übersehen da unten. Was gibt's denn hier jetzt noch alles? Schauen wir mal. Ähh, da, 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 da. Hier ist nix. Ah, da, 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 da. Weiß auch nix. Okay, das ist bloß so ein Ritter. Da muss ich wahrscheinlich so einen Kopf rein tun. Kann ich den vielleicht umstoßen? Nee, da kann ich nix machen. Hier kommen wir auch nix mehr hoch, gell? Ob ich jetzt irgendwas vergessen hätte oder so. Okay Leute, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich suche schon mal das Rätsel des Lösungen. Wenn ich es gefunden habe, sage ich es euch auf jeden Fall. Und ansonsten, natürlich wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen oder auch über einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.